Oh je, das ist ein Zauberschleppen, aber ich kann damit nicht über eine endlose Blechlawine fahren. Sieht nach Laufen aus. Ja, und guck mal vor uns, das Durchfall noch ziemlich kompliziert sein. Ja, aber die haben ein paar Alt-Zombies hier gekriegt, sieht man. Ja, ja. Ja, wenn du vor die... Keine Nachkampfe mehr? Verdammt. Kommt wahrscheinlich später erst. Ja. Atlanta! Da wurden mal irgendwelche Olympischen Winterspiele, glaub ich, aufgeführt oder so. Ganz berühmt waren die. Ja. Kann sein. Atlanta ist, glaub ich, auch bei The Walking Dead oder so am Anfang. Ja, das stimmt. Also Atlanta ist ein Zombie-Schlüsselpunkt, sozusagen. Okay, da ist nichts drin. Ach du Scheiße, das sind aber viele. Let's go, let's go. Oh, oh, es hat mich erwischt. Ah, warte, wo bist du? Rochelle hat mich gerettet. Das ist bitter. Ah, das stimmt. Scheiß Zombies. So, nehmen wir mal das Ding hier und werfen's. Oh. Ich hätte dich fast in die Luft fliegen lassen. Ja, das solltest du lieber lassen. Ah, hier hat das Militär aber anscheinend einige abgewehrt. Ja. Militär. Sie abwehren, aber... Verzeihdigen konnten sie den Punkt trotzdem nicht. Aber sie haben uns Munition hinterlassen. Deswegen... ... sind sie erstmal sympathisch. Deswegen, ja. Hehehe. Ah, nix erwischt. Jetzt haben wir jetzt schon mal eins. Hier ist nämlich bestimmt was in den Büschen. Ich hole mir gleich dann wieder Muni. Ja. Lade nach. Nein, das haben wir noch eins. Ist hier irgendwo was? Lade nach. Ich hole mir da noch mal was. Und dann gehen wir mal weiter, glaub ich. Lade nach. Lade. Lade nach. Ist das ein Hotel? Ja. Das heißt... Na ja, Motel. Das ist amerikanisch. So. Jetzt mal sind wir an der Straße gelegen. Hotel kann man es nicht nennen. Ist eigentlich absolut billig. Ah, hier oben sind Waffen. Und hier oben sind noch Zombies. Ah. Ein Snipergewehr. Ja. Ähm. Wir haben Waffen. Wir haben Waffen. Genau so ist es. Ach, du bist schon da. Ja. Ihr solltet Rotwinter eine gute. Ja, ich liebe es. Waffen muss ich echt sagen. Deswegen, die macht richtig viele Kugeln. Da ist ein Tank. Da ist ein Tank. Äh, ich sehe nur... Oh, 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 scheiße. Okay. Läuft jetzt so ein Super. Ja, man merkt's. Schnell hat's ein bisschen erwischt. Ja, wir sind hier noch recht sicher. Ah, der kommt hoch. Sicher ist relativ. Ich denke, wir sind nichts auch. Ah, gut. Ja. Oh Gott. Einiges an Muni gekostet. Ich guck mal. Ja. Aber ans Gewehr komm ich da oben auch nicht mehr dran. Oh. Dummer Zombie. Na egal. Äh, genau. Zimmer durchsuchen heißt es jetzt. Ja, mal sehen was hier... Ja, hier ist mal Adrenalin. Ich schaue jetzt mal in diesen Raum. Wo ich aus Sehenslosigkeit reingeschossen hab. Weil ich dachte, da wäre eine Fensterscheibe. Nein. Ja, wir sind nur das Hotelpersonal. Wir räumen nur auf. Wir benutzen keine Tür. Wir nehmen immer die Fensterscheibe. So gehört sich das. Bist du überhaupt doch da? Ja. Ich komm mal zu euch. Da habt ihr bestimmt schon alles lecker und... Na, kann man nicht kaputt. Hatte ich dir nirgend so eine Nahkampfwaffe? Ich kann die Pistole nicht so ähnlich leiden. Ah, hier. Ich hab noch... Immer gut. Komisches Ding ist da. Rohrbombe. Genau. So ist das Ding. Ah, da. Wieso haben die alle keine Fenster hier drin? Wisst ihr? Hat sie's? Ja, sie hat's. So. Gehen wir jetzt einfach mal nach oben. Mhm. Wird schon hoffentlich was Gutes bei sein. Hier ist nichts. Zur Sicherheit. Ich glaub, der hat sogar noch gelebt. Spiegel kann man interessanterweise auch nicht kaputt machen hier. Na, hier ist ein Spieler. Ja, man hat's gesehen. Passt nur erledigt. Ja, das ist gut. Äh, hier kommen einige. Ähm, wir haben das auch so vor, ähm, mal so ein paar Custom-Maps auch anzuzocken, die uns denn empfehlt. Oh. Ja genau, wir werden jetzt erstmal die ganze Kampagne von Left 4 Dead durchspielen. Eben. Und danach gucken wir mal, was es noch so gut ist von der Community gibt. So ist es. Vielleicht werden wir auch mal den Versus-Modus kurz anspielen. Also, wir machen einfach das, was ihr uns vorschlägt. Genau. Sieht so dunkel ja aus. Na, hier bin ich eine Tassenlampe. Könnte ich auch mal benutzen. Ah, gut, da sieht man das Riesenrad so. Vergnügungspark. Der Name. Heißt der dunkler Karnoal. Ja. Das hat auch schon was mit Karnoal zu tun. Da brennen Lichter, also vielleicht treffen wir ja jemanden. Ja, das kann sein. Möchtest du nicht, weil du selbst nicht mehr? Ähm. Ja. Oh nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ah, war so klar. Das geht. Ja, noch lebig. Dein. Wohl noch. Ach hier. Äh, man beißt ja nie, ne? Ah. Man hat uns ein Ski ja schon bei der letzten Kampagne gesehen. Das ist meine neue Waffe. Die wollte ich mir nicht mehr. Sonnen. Ich könnte bald mal Munition brauchen. Wieso trifft der immer mich? Was ist so möglich? Du bist anziehend. Für Zombies. Da hinten ist noch ein Molly. Ja, ich habe auch schon einen. Ach so. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Laden! Oh. Woohoo. Sieht gesund aus, dass du sowas schauen, muss man echt sagen. Surfing. Oh. Da hast du nicht mehr mit. Ah, schade. Sind hier nicht auch so Sumpf-Zombies? Oder war es in einer anderen Kampagne? Ja, das ist nicht. Ich weiß nur, dass eigentlich jetzt eine Menge kommt. Oh, ich glaube, gleich kommt ein Tank oder so. Ein Tank? Ich befürchte, irgendwas habe ich noch in Erinnerung. Aber für solche Fett vorgeschossen, jetzt reicht es. Boah, das sind ja noch einige. Ah, hier ist Munition. Boah. Und Adrenalin. Bei mir hier. Adrenalin habe ich noch. Ja, ich wollte es zwar haben, aber mir wurde es geklaut. So, ich muss einmal für kleine Jungs hier. Aha. Macht immer schön. Hey, ja, privat, ne? Aua. Ja, ich komme ja schon raus. Ich wollte nur helfen, damit es schneller geht. Da hoch, oder? Ja, da hoch. Dann snab ich da mal ein bisschen. Oh, oh. Bitte! Oh. Lade nach, lade nach. Lade nach! Ich kann mal eine zweite Waffe gebrauchen. Oh, scheiße. Nein, Mist, Mist, Mist. Wow. Ist hier was drin? Nein. Ah, jetzt nur Witz. Dann sollten wir am besten so laut wie möglich sein, weil wir wissen, die mögen laut Stärke und Licht. Absolut. Ach ja. Ach ja. Wo ist sie denn? Ach da vorne. Hallo. Oh, super, du hast sie auch geweckt. Ich wurde von einem Dings erwischt. Von Boomer? Ja. Ja, das ist ja nicht ganz übelst, aber ganz glücklich. Scheiße. Wie übel. Alles okay? Naja, ein paar Kratzer nenne ich es jetzt einfach mal. Bar Kratzer, sie wollte doch nur spielen. Oh, cool. Dann haben wir uns gesurft. Ah, schön. Moment, rein. Schottgun für mich. Schottgun für mich. Na gut, das war ja nicht so lange, dann haben wir das auch hinbekommen. Ja, geschafft. Das heißt, bis zur nächsten Episode.